Hast du ihn? Nein. Was? What? Was? Aber ja, seid ihr ready, Freunde? Streets in 3, 2, 1. Connection los. Na, ich bin doof. Ich kann mich bewegen. Alter. Ey, aber ungelogen, Schimmel. Du spawnst Rubberbanding. Ungelogen. Also, aktuell habe ich 60 FPS. Mal gucken, wie lange das hält. Okay. Ich bin bereit für den Weg. Ah, ich brauche dabei... Ah, ich brauche eine X400, wenn wir eine finden. Ah, wo bist du? Ich hoffe, kurz runter. Ich bin unten in der Straße. Ja, ich bin hinter dir. Ah, aber das ist das Cinema. Du bist mein Cinema. Ich aim da kurz hin. Da machen gerne Leute Shooter-Born aktuell. Ich kann dich immer sehen. Nö, ist gar da. Ich muss Post Office. Ja, wir müssen... Ich muss für alles da rüber. Ich muss Post Office. In die Grünen da drüber. Ja, da musst du auch da rüber. Passt. Also, wir haben alles. Auf der anderen Seite der Map. Oh, oben drauf. Das Problem ist... Oh. Oben oder unten? Kann beides sein. Aber wahrscheinlich unten. Die sitzen unter der Brücke meistens. Ah, das ist ein Sniper. Eine coole Ammo? Nö. Wär ja auch zu einfach. Ich hab ja auch schon einen Stash gelernt. So wie du. Echt? Ja, sogar einen anderen. Hier ist ein Stash? Ja. Damn. Ah, ich hab auch kein Geld. Oh. Unten in der Tür. Aua. Aua. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Der ist näher rangekommen, glaube ich. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Stored. Einer Stored. Es sind aber zwei. Es sind zwei. Ja. Ich kann mich dich grad nicht bewegen. Zweites ist auch tot. Sind beide dead. Wie kannst du dich bewegen? Das ist voll Shibu. Ich hab einfach Matchmaking Premium. Ja. Du hast halt Matchmaking Rubberbanding Plus. Mhm. Meinst du ich muss mehr subben? Äh. Ja. Guck dir den Sweaty an. Damn. Oh, bin das Schimpi. Mhm. Level 37. Ja, das Problem ist, das werde ich nicht anziehen können, weil das wahrscheinlich ein fettes Einschussloch hat. Wetten, das hat ein richtig fettes Einschussloch vorne drin. Und ich mach das Fische weg. Hast du ne gute Knöpfe? Mhm. MK16. Der hat PS, Muni. Was hatte der dabei? Der hat einen AK 103 Meter. Schimmel, ich weiß, du willst deinen Raid machen, aber komm mal bitte raus. Nimm dir da Helm und alles und das SMG vom anderen. Was haben wir denn für Exits? Daneben uns ist einer. Hier links. Der da hat das SMG, kann dir das? Auf der Treppe meinst du? Ja. Der ist jetzt schon ne geile Knöpfe, weil mit dem Loot jetzt da rumrande. Ich bin so schwer. Ich bin 50 Kilo. Oh mein Gott, ja. Ja, war ein schöner Streets-Raid. Aber mal kurz rein, zwei Loots gedippt und wieder raus. Alter, ich dachte gerade, es kommt Scaff rein und ich war in der Nase. Ich hab mich gerade in der Nase gekratzt. Ich dachte, ich bin tot. Wie sind deine Erfahrungen besser mit Streets? Lass es mich mit einem Bild zeigen. Rohrbanding des Todes. Ja, wird auch noch ne Weile so bleiben. Guck mal, hier ist schon mal das Lexus. Oh, Hauptkreuzung. Kriegst du ja nichts? Nein, ich hab ihn angeschossen. Ich bin so scheiße. Mein Shooter-Born. Hey, Shooter-Born ist aber mein Endgegner. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ich hab die Nullung vergessen. Ja, gut. Ah, warte, wir müssen glaube ich... Ah, ich brauch das Medical-Item hier drin noch. Mhm. Find das mal auf Anhieb. Mach ich. Also erzähl Spawn-Location. Hab mich überrascht, da waren's gerne. Als Prozip renn dagegen und schmeiß dich auf den Boden. Geht schneller. Mach ich gleich. Green Corridor. Ah, da müsste ich jetzt hier kurz auf die Straße rennen. Dann mach ich nicht. Machen wir einen anderen Mal. Okay. Dann können wir rüber zu Post Office und so. Ja, genau. Post Office ist da drüber. Und du hast eine Mail, äh... Ach, das ist Post Office, okay. Machen wir? Ja. Ja, meine FPS sinken weiter, aber es ist... Ja, meine sind auch, oder? 50! Also zwischen 30 und 50 hab ich aktuell. Also Schnitt wohl so 40. Reicht doch. Ja, für'n Shooter. Ja. 40 FPS. Ja, für's volle Game Experience. Ja, der hat ein Skill Issue, wenn du mehr brauchst. Ja, ist er. Also, pass auf, hier rechts sitzen die gerne an dem Fenster. Hier, guck mal, da oben sitzen die ganz gerne. Kann man hier einfach rein? Jetzt möchte ich hier nicht mehr durch, wo du das gesagt hast. Weißt du noch, musst du das sagen? Ich hätte hier einfach absolut unwissend durchrennen können. Irgendwann. Irgendwann kommt der Punkt, wo dich da einer wegkennen und dann sitze ich da. Ich hab's dir ja gesagt. Ah, hier muss ich hin, by the way. Noch ganz kurz. Hier hab ich auch noch ne Mission. Jetzt hast du ja hier nur High, High, äh, hier. Hotspot. Ja, hier hast du die Market Room, ne? Hm. Ihr seid übelst viel Loose Dude und so'n Scheiß. Ich find's auch gut, dass es so linear aufgebaut ist, weißt du? Dass wenn jetzt jemand hier sitzt, hier drinnen, dass der einfach schön abaimt kann. Und du musst da durch. Das ist irgendwie da, ah, ah, ah. Guck dir das an. Das ist so offen hier und du musst hier durchrennen. Hier einer sitzt. Vielleicht, Dude, keine Chance. Gutes Map Design, Freunde. Beim Parkes hab ich mit. Oh. Ich hab irgendwas. C, C, S, P, U. Alter, ist das ein mieser Spot. Kannst du von hier bis Exit gucken? Ah, da sind welche drauf auf der Baustelle. Was? No way! Wo war das denn bitte? An die oben drinnen? Äh, ja. Ah, das guck ich mir im Replay an. Ich war mir sicher, dass ich 100% drauf war. Ich hatte das Gefühl, ich war so drauf. Oh mein Gott. Oh, da ist er wieder. Die gehen rüber. Alter, die sind dick. Ja, im Fenster seh ich die nicht. Ja, ich treff nicht. Ja, da können wir weiter. Deine Mission. Mann, hier kann ich aufschließen. Oha. Alter, Streets-Profi, der Typ. Das ist... Äh... Chicanacha 15 Apartment. Gibt's irgendwas cooles? Ja, einen neuen Enkel für mich. Oh, siehst du einen? Ich hab... Wo? Der liegt an der Tür. Ah, ich seh ihn. Warte, ich guck gleich, ob das mein Arm war. Der von vorhin. Ja, das ist der Junge von vorhin. Der hat zwei sind drinnen. War ein Dreier-Team? Ja. Einen hab ich gut gegeben. Und den einen hab ich näher gezogen. Hm. Was für ne scheiß Moa. Die hat 1,8er Moa. Das sind drei Zentimeter Streuung. Auf die Range. Drei Zentimeter. Guck mal in deine Hose. Dann weißt du, dass drei Zentimeter nicht so viel ist. Vollidiert. Ey, so machen wir weiter. Wir haben Missions. Dann werden wir eh nie looten können. Boah, der wird sich erschrocken haben. Ey, das ist einfach so ein Wortipp kassiert, ey. Das ist nix. Ja gut, auf die hab ich jetzt die ganze Zeit geschossen. Ich glaube, die waren... Aber das... Oh! Weißt du noch, als ich anfangs gesagt habe, hier ist wahrscheinlich einer, weil die Tür offen ist. Erinnerst du dich? Mhm. Ich glaub, du hast ihn gefunden. Aber er war auch nicht ready. Aber er war auch nicht ready. Ich glaube, wir haben ja so lange rumgesteppt. Ich glaube, der saß da hier so lange still. Er hat gar nicht mehr geglaubt, dass wir kommen. Und als er es nicht erwartet hat, kam ich dann wirklich um die Ecke. Ja, ganz oben. Auf der anderen Seite. Ah, müssen wir Mail oben und dann über eine Überführung oder so. Ja, das... Ah, darum heißt das Skybridge, weil das eine Über... Ah, Überführung. Aber sie sind... Das ist so smart, ey. Hey. Hätte ich vorher mal ein Buch gefressen, ne? Hätte ich das gewusst, da. Alter, wie viele Stockwerke waren denn das? Drei. Ah, jetzt muss man hier hoch. Boah, das ist voll smart und so. Macht schon irgendwie Sinn, oder? Ah, und wahrscheinlich... Boah, wenn hier einer sitzt, nicht ganz oben müsste. Oder warte? Ja, irgendwo, wo es halt dann rüber geht. I don't know. Aber mir gefällt... Mir gefällt das nicht. Ich werde nicht viel in den Häusern drinnen sein. So viel sage ich dir jetzt schon, ne? Ah. Musst du jetzt ganz oben? Ja. Ne. Irgendwo aus. Der Seite. Ja, das ist die Skybridge. Kannst du jetzt hier aufschließen? Wahrscheinlich kann ich jetzt hier... Ja, kann aufschließen. Loot. Loot. Boah, aber der Spot ist mies. Vor allem wenn es... Also vor allem wenn das Ding einfach wegsport, rendert. Der Seite? Ey, hier kannst du richtig gut auf die Kreuzung aimen und keiner sieht dich. Aber ich brauchte kein Item, ich bin einfach reingegangen. Ja, da müssen wir nur finden. Da müssen wir jetzt nur noch den Panzer markieren und dann haben wir einen guten Running gelegt, oder? Hm. Hm. Oh. Oh. Ich hab wohl auch ein paar Sachen gefunden. Vielleicht sind das die Boys. Wer sind sie? Einen ist er? Ja. Die rennt zu Underpass. Auch gegenüber ist das Gav. Ich hoffe, es haben sie nicht gehört. Die sind drinnen im Mail-Gebäude. Ja, wollen wir mal dran vorbei? Hm. 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 Also wollen wir was hören, drehen wir drum voll drauf halten. Wenn die uns nachrennen oder so. Ich muss ehrlich sagen, in den Häusern fighten, reizt mich halt echt gar nicht. Es sind halt viel zu viele Angus für meinen Geschmack. Aber kommt man hier überhaupt raus? Oh mein Gott, die sind am Ende des Ganges, hab ich ihn gerade gesehen. Hohoho. Scheiße. Nicht pieken, ey. Wenn der jetzt da rausguckt, sind wir tot. Kommt man hier irgendwie rüber? Das kann doch nicht sein, dass du keinen Durchgang mehr hast hier. Vielleicht liegt ein Sledgehammer. Aber das kann doch nicht sein, dass du keinen Durchgang hast. Weil die aimen das jetzt ab. Da kommen wir niemals lebendig raus. Ja, super. Kommt man hier nicht durch die Tür? Scheinbar nicht. Ja, geiles Ding. Weil du kannst diesen Gang nicht pushen. Wenn die das jetzt ab aimen, wenn du da raus swingst, bist du tot. Der Typ müsste so null Aim haben, damit du das überlebst. Ah, das ist schon irgendwie ungeil. Ja, was machen wir jetzt? Meinen Sie nicht? Kann man nicht außen rum? Nö, ich glaube wir müssen die fighten. No. Aber die werden genauso wenig Bock haben auf den Fight wie wir. Das ist das gute gerade. Müsst du uns weiter hoch? Ich bin eins weiter hoch. Ja, ich swing das jetzt weit. Mal schauen. Also hier ist nichts. Auf der anderen Seite gibts gar nicht. Hö hö hö. Ja, ich meine die sind auch voll gelootet. Ich glaube auch nicht, dass die Interesse haben an einem Fight. Die hab ich schon mate verloren. Musst du noch Salz in die Wunde reiben? Ja. Also. Ich hör ihn. Bei mir. Treppenhaus. Müsst du schon den Po hoch da? Ich bin durch, ja. Komm hier nicht rüber. Bin zu fit. Er ist bei mir im Treppenhaus. Ja, er war über mir. Oh, sein Mate hat mich. Die sind über mir. Ich dachte, die sind unter mir. Ja, der Sound. Einer ist tot. Einer lebt noch. Ich habe es so falsch eingeschätzt. Die bewegen sich echt gar nicht. Ja, ich werde nicht in den Häusern fighten, auf Streets. Die Fights sind scheiße. Ah, ich müde mich kurz, dass du fertig machen kannst. Das war's noch.